Hallo, mein schnutzeliges, ich komme zurück zu Pell World und ich sehe da vorne was liegen. Ich glaube, das ist Geld. Ja, 10 Goldmünzen, cool! Und noch mehr Goldmünzen. Ja, nice! Kriegen wir tatsächlich Goldmünzchen? Finde ich toll! So, hier haben wir wieder was zu fuddern. Ein paar Eue. Äh, ein bisschen Geld. Genau, das Geld müssen wir ja jetzt auch mitnehmen. Da ist schon wieder Holz und Steine drin. Ich werde wahnsinnig. Da ich ja gerade gesehen habe, dass hier der Dungeon wieder zu ist, also nicht mehr begehbar. Aber scheinbar kommt er immer mal wieder. Ähm, würde ich sagen, schauen wir mal wieder beim Händler vorbei. Vielleicht, hat er was, das uns gefällt. Vor allem, dass mir gefällt. Äh, kann ich denn eigentlich die Waffenwerkbank jetzt bauen? Waffen? Ne, das findet immer noch. Immer noch Metall. Ich hatte doch ultra viel Metall aus dem Ding rausgezogen. Wofür habe ich denn das schon wieder verpulvert? Ich weiß es nicht mehr. Ach ja, für das, für den, für den wahrscheinlich da, ne? Nein, ich hatte so viel, ich hatte so unfassbar viel Metall aus der Mine geholt. Äh. Oh, jetzt fehlen Nägel. Oh, nee. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Dies ist doch verarsche. Jetzt fehlen Nägel. Wie viel kommen raus? So. So, ich geh weg. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Nein. Hier. Ähm, wir gehen mal beim Händler. Händler. Bubili bumble bum. Scha bumble bum. Ähm. 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 So. Hi, Hanna Bumble. Ne, dich wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte... Hundi. Hundi ist gut. Komm her, Hundi. Ah, guck, hier kann man auch wundern. Sehr gut. Oh, Vogel. Haben wir den Vogel schon? Ja. Nietewing. Nietewing. Ich hoffe, ich habe meine Kohle mitgebracht. Ich weiß es nicht mehr, ob ich sie eingepackt habe. Ich hoffe es aber mal. Hallo. Guten Tag. Ah ja, genau. Ich muss ja absteigen. Ist ja gut. Hallo. Hast du irgendwas Interessantes? Oh, bitte. Hab diesen komischen Hirsch. Oder Pferd. Wie süß. Was bist du denn? Eine Mozzarine? Eine Milchkuh? Ja, komm. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Eine Milchkuh. Da haben wir eine. Da haben wir die Milchkuh. Mal gucken, wo sie ist. Scheinbar weiter unten. Da. Mozzarine. Die ist ja geil. Milch ergießt sich aus diesem Pell wie Wasser aus einem voll aufgedrehten Wasserhahn. Und das unabhängig vom Geschlecht. Ein wahres Mysterium des Lebens. Ist auch nur für die Farmarbeit gedacht. Goyle. Die nehmen wir mit. Eine Mozzarine. Da hatten wir es ja. Ich glaube, wir hatten das ja schon mal. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Wir hatten das ja schon mal. Dass wir irgendwas mit Mozzarine hatten. Wo wir praktisch die Milch in Erwähnung hatten. Östliche Wildnisinsel. Oh, gibt es hier was Neues? Hund. Gibt es hier was Neues? Gibt es hier auch ein Teleporter? Da haben wir wieder Hühnegens. Chikipi. Hallo Hühnegens. Hier haben wir ein paar Äffchen. Von euch will ich nichts. Hier haben wir. Euch haben wir auch schon. Bären brauchen wir keine. Bären haben wir genug. Deswegen brauchen wir die auch nicht anbauen. Oder. Oh, guck mal. Was haben wir denn da? Die haben wir auch noch nicht. Was habt ihr für ein Level? Auch noch Level 4 und 3. Hallo. Hallo. Ich würde euch gerne mitnehmen. Hoffentlich haut ihr nicht ab. Jetzt kommst du an und hast Hunger, du blöde Kuh. Aua, aua, aua. Ein Rippuni. Batz, Batz, Batz. Mitgenommen. Eingesteckt. So, Moment. Die Alder hat Hunger. Das müsste eigentlich auch bald unser Ding, ich hätte vielleicht erst mal unser, das Ding rappen sollen. Nein. 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 Stopp. Hier geblieben. Ja. Eingesackt. Allesamt eingesackt. Alles mischt. Überall. Überall Hirsche. Und Äffchen. Über Ab mit. Wir haben großen Vorrat. Aber da haben wir noch so einen. Den nehmen wir auch mit. Der hat sogar nur Level 2. Haust du ab? Nee, du kommst gar nicht dazu. Touch. Bum. Danebbe. Die, 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 die. Haha. Da oben sind jede Menge Elefanten. Da oben sind Hühner. Hühnekens. Und da haben wir wieder Lämmchen. Eine lila Kiste. Pfeile auf 500 Goldmünzen. Na Mensch. Ach, da haben wir wieder Fuchsien. Füchslein. Ein Ei. Äh. Da sehe ich nichts. Huch. Na. Na. Lalalalala. Lalalalala. Oh, guten Tag. Hallo. Na. Wie geht's? Na komm. Geh mal rum denn. Mach das von alleine. Minderwertige Munition. Tschüssi. Danke. Danke für eure Kooperation. Dank euch habe ich wieder ein Level aufgestiegen. Schalala. Schalala. Da liegt ein Ball. den mach mal klar. Den mach mal klar. Toll. Sag mal. Kannst du nicht in die Richtung wo ich ziele hin? Oh je. Oh Gott. Was bist du denn? Mosanda. Was bist du denn? Ein Panda. Ach wie süß. Der ist aber... Der wird knackig wahrscheinlich. Der wird knackig. Nee. Wieso zu mir? Lass mir. Oh. Entschuldigung. Nimm ich mit. Oh. Der haut... Doch, doch, doch. Der kriegt den Hut runter eigentlich. Wuhh. Uuuu. Ne. Bitte, was. Versuchen wir mal. Der ist ein Haar der Brocken. All der Schwede. Ja. Mosanda. Hahahaha. Mööö. Mosander hat eine wahnwitzige Kraft. In einem Experiment konnte es ein 3000-seitiges Telefonbuch mühelos auseinanderreißen. Man kann von Glück reden, dass dieser Pell Platzenfresse ist. Außer zwei Handwerk, Holzfällen, Transport 3. Oh, da brauchen wir viel Futter. Pilz, Leder, Tomatensamen. Haben wir welche gekriegt? Ja, wir haben sogar Tomatensamen gekriegt. Ein Pell ist hungrig. Oh je. Ja, ich komme. Da. Hast du dir redlich verdient, Schlucki? Ein Mosander, Alter. Ich fasse es ja nicht. Oh, ich muss übrigens erst mal das wieder wechseln. Bevor ich die guten Bälle verbulfe. Ungewollt. Das wäre halt nicht so gut. Hallo. Wie schwerfällig die halt einfach laufen, ne? Das nehmen wir auch mit. Vorausgesetzt, wir sind nah genug dran. Ach, da haben wir wieder Schweinis. Die müssten da aber eigentlich kaputt hauen, weil wir Knochen brauchen. Knöchlis. Knöchlis. Shut up. Boing. Boing. Entschuldigung. Boing. Entschuldigung. Oh, toll. Wir brauchen Knochen. Da ist ein Blossom. Ein Dinosum-Blossom. Guck mal, die müssten wir doch jetzt eigentlich auch relativ easy kaputt kriegen, oder? Hui. Zwielichtige Händle. Hä? Okay. Hallo. Okay, das war ein bisschen daneben. Jetzt will ich die Hände in Level 40. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem zu nahe kommen möchte. Hallo? Oh, dahinten steht eine Guillotine. Hallo? Ich habe so einige Pelz im Angebot. Heleware. Verbotene Arten. Zieh dich ruhig um. Ähm. Ich habe Angst. Miau. Oh, guck mal. 30.000. Die sind scheinbar richtig hart zu fangen. Was ist das denn? Galeclaw. Ja, ist nichts Interessantes, ne? Ich meine, das meiste davon kann ich mir eh nicht leisten. Aber. Krass. Relaxaurus. Also, ich glaube, der ist richtig übel zu fangen. Auch wenn er ein niedriges Level hat. Ich glaube, der ist richtig übel zu fangen. Ich meine, der jetzt gerade eben, der hatte mit einem normalen Ball, wo er irgendwie dreiviertelst kaputt war, 1% Fangchance gehabt. Also, ne? Da musste ich auch einen größeren Ball auspacken. Was bist du? Bitte was? Was ist denn mit dir? Bleib mal stehen. Stopp. Schattop. Was bist du? Warum glitzerst du? Öh. Ne, ist klar. Oh. Ole. Du bist aber das ganz Besondere, aber du machst nicht viel Damage. Ich hoffe, das bleibt auch so. Oh nein. Es tut mir leid. Aua, 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 aua. Hallo? Geht's noch? Du bist leider im Weg. Alter, klar. Rüstung beschickt. Was ist mit dem Vieh? Alter, du nervst. Geh weg. Ja. Ich kann doch nicht mal ausweichen. Hallo? 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 Waffenbruch. Ja, toll. Das hat mir gerade noch gefehlt. Roll dich mal bitte weg. Nein! Jetzt fall da doch nicht runter, du Honsworscht. Darf ich vielleicht auch mal angreifen jetzt hier? Ja, Gott sei Dank geht das Viehschen nicht daneben. Was ist das denn hier? Außergewöhnlich Workaholic. Du hast einen außergewöhnlichen Pell gefangen. Er scheint eine besondere Fähigkeit zu besitzen. Seltene Kralle und, und, äh, Dingens. Und, ähm, sag mir es. Diese antiken Gerätschaften da. Kuschor-Fleisch. Ich glaube, wir sollten zurück. Ist hier irgendwo... Oh, Mosanderlux. Okay. Ist hier kein Teleport-Dingens? Ich hätte gern so einen Teleporter. Bleib hier! Stopp! Ich meine, erkunden ist geil, aber... Ich hab Angst um mein Fleisch. Oh, guck, da ist so eine Kiste, so eine Rode. Aha! Stoffkleidung-Bauplan. Es wurde ein Stahlschlüssel verbraucht. Ein Schatalschlüssel. Ach, da unten ist einer, den wir aktiviert haben. Der ist blau. Oh, das nehme ich. Oh, was bist du? Ach, guck mal, die gehen dann... Die schlafen auf dem Boden. Ich fack dir. D-d-d-d-d-d. Komm schon, zeig mir irgendwas an. D-d-d-d-d-d-d-d-d. R-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ich hätte hier drüben gerne einen Teleporter, sonst ist auch... ...überall in der Nähe so einer. Na? Was bist du? Ach so, und die Nossung. Warte mal, Leder. Depressur. Ah ja, genau, die sind ja aggressiv. Ist hier echt nix? Na, wo ist es, Em? Hui! Hui! Ach, das ist der Händler. Der ist wie die Händler. Ach, das sind Füchschen. Ich dachte schon, da brennt was. Was brennt da? Meine Fresse! Ich renne immer in die falsche Richtung. Kurze Abstecher. Mitnehmen. Einmal aufsammeln. Und weiter geht's. Das sind noch mehr die Nossung. Da sind die Depressionen. Noch mehr Kätzchen. Oh nein, da ist noch so was Besonderes. Oh, Kind. Ich mock nicht mehr. Boah, das war knapp. Selten der Pelz. Feuerschutzring. Feuerdrüse. Ich will einen Teleporter haben. Teleporter. Das gibt's doch nicht, dass hier auf dieser Insel vorne ist. Das kannst du mir doch nie erzählen. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass hier nix ist. Ich höre hier Wellen rauschen. Was bist du? Ein Nox. Ja! Was soll das denn? Hallo? Geht's noch? Ein Deserteur. Den darf ich wieder nicht angreifen. Da! Gefunden! Juhu! Yay! Ein Technologiepunkt. Äh... Please einmal zurück. Juhu! Wir haben zwei seltene Viechers gekriegt. Außergewöhnlich. Feuerhauch. Samtpfoten. Freies Lot. Feuerhauch. Helfende Pfote. Und was hast du? Drachenatem. Oh, geil. Feuerschuss. Schlammschuss. Geisterlohe. Eine ganze Menge Kaninchen. Ripuni. Süß. Oh, da sind die groß. Supi. So. Einmal unser Zeug. Einmal wieder alles hier. Nein! Die Pilze gehen nicht. Alles auffüllen. Marinierte Pilze. Klingt gut. Brot, Marmelade, gegrillter Pilz. Ich hoffe, das dauert nicht so lang. I hate it. Ich hasse es. Oh Gott, hier liegt alles. Oh, jetzt ist es nicht. Und jede Menge Münzen. Oh Mensch, ihr seid fleißig. Fein. 190 Münzen. Also 19 Stück. 19 Münzbeutel haben hier rumgelegen. Sehr gut. Und jede Menge. Oh yeah. Naja, drei Stück. Was ist das? Stoffkleidung Bauplan 3. Schaltet. Epische Stoffrüstung. Moin, Kines. So, die Nägel. Ah. Grunz, grunz. Normalerweise müsste man das hier zum Beispiel auch als Reitier nutzen können. Das ist richtig groß jetzt mittlerweile. Oh, ich sehe gerade. 24 Minuten. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüssi. Tschüssi.